Für was hat Schöflinge gemengte Sanktion gemacht? Ja, ganz klar, weil ab März sind am Anfang alte Events hier im Land und überall auf der Welt dem Corona zum Opfer gefallen. Wir müssen uns leider dafür entscheiden, alle ein Event aufzusuchen, aber das wollen wir uns das Jahr nicht nennen und bitte lassen. Und auf dem ganzen Motto, wie dort oben steht, wir feiern einfach. Heute Schöflinge gemengte Sanktion singen, Birger, Flotte Kado zu machen. Wir lassen uns nicht durch Corona davon aufwählen, ein nationales Feierdach zu feiern. Wir wünschen allen Leuten viel Spaß mit hier und genießen den nationalen Feierdach. Das Aktion riecht sich und alle Schöflinge steht. Wie hat er dort beim Abpacken organisiert? Wir haben ein paar Äquen, eine Äquen, die wir zusammen anpacken. Das waren Leute aus unserer Boots-Equen, unter dem Alex Miranda. Große Merci für ihn. Das waren die ganze Äquen. Das waren 13 Leute am Samstag, die den ganzen Tag abpacken müssen. Weil, wie gesagt, alle Städte sind ganz erneuert. Das sind über 4000. Die andere Seite, Lohmann-Fadelen, waren eine Äquen, zweimal sechs Leute pro Tag. Das ist einfach die Haut an mir. Das heißt, ich meine, das ist ein Dünnsch, dass die Leute die Tüte nicht verrischen, bis sowas spät. Wie reagieren die Leute? Ob das eine Aktion, wenn Sie hier viel willst, sicher kommen? Ja, ganz positiv. Man selber sind überrascht, wie viele Leute das kommen sehen. Nein, die Leute sind wirklich positiv überrascht. Das tut, dass es einem geschehen tut. Alle Gute sollen sie Merci. Das ist eine geschehen Initiative. Wie fand ich die Aktion von der Gemeinschaft? Ja, okay. Ich fand die Aktion ganz flott. Ganz gut, ja. Sie machen viel. Sie machen viel für uns, ja. Ja, ich kann sie nicht mehr laufen für diese Aktion, weil das herrlich ist. Da sind Leute geduldet, an der Pandemiezeit, an alles. Und vielmals Merci. Ja, das ist eine super Idee, um diese Situation für das so zu machen, dass Leute einfach und hier Lützebüger sagen denken. Wie fand ihr diese Aktion von der Gemeinschaft von Schifflange? Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Sie wissen, dass die Leute wissen und nicht vergessen. Ich bedanke mich die Gemeinschaft. Sie sind eine Gemeinschaft von Schifflange. Ich wohne hier seit 8 Jahren. Und ich werde nicht mehr von Schifflange von Schifflange. Sie sind wirklich alle merveilleux. Danke für die Jardins und die Promenade. Sie sind eine gewisse Gemeinschaft. Ich wünsche euch allen eine gute Fête nationale. Ich fand das eine gute Sache, weil gerade wegen der Pandemie, dass die Gemeinschaft von der Gemeinschaft hat, dass ich denke, ein flotter Gass ist, dass sie auch den Leuten entgegenkommen. Weil auch für soziale Leute, die sich nicht viel lesen können, zum Beispiel, dass die Leute nicht vergessen gehen oder so. Und dass sie zusammen da sind. Und das ist eine gute Bereicherung. Dass sie zusammenhält. Dass das selbst für die Gemeinschaft wichtig ist. Gerade in dieser Zeit. Ich fand die Aktion immens flott. Zumal es auch, weil ja kein Mensch ist, ich kann mit den anderen treffen. Sie sind mit dem Fest. Und dafür fahre ich die Gemeinschaft von der Gemeinschaft. Man ist von der Tunis eine ganz flotte Initiative. Für den nationalen Feier. Der hat einen kleinen Ersatz für das Schifflange-Fest. Weil ja leider Gottes das Jahr noch etwas ausfällt. Man ist sich gespannt, was da mit einem Hut dran ist. Und dann lassen wir uns das gut für den nationalen Feierdienst machen. Und dann nächstes Jahr hoffen wir, dass wir auf der gewinnten Platz können das Schifflange-Fest feiern. Die Aktion von der Schifflange-Gemengen. Das können sich die anderen Gemengen gut vorstellen. Wir hatten schon so etwas gekriegt. Ich weiß nicht, dass wir richtig waren. Das war doch die eine. Das war auch ganz flott. Also die Schifflange-Gemengen. Von der Stier-Sonderei. Ich bin auch nicht so lange zu Schifflangen. Von der Stier-Sonderei. Das war die Schifflange-Gemengen. Das war die Schifflange-Gemengen. Das war ein schifflange-Gemengen. Untertitelung des ZDF, 2020